Langebahn in Südafrika liegt 120 Kilometern nördlich von Kapstadt und hat ein ganz spezielles Erlebnis zu bieten. Ein Fischrestaurant der besonderen Art, der Strandlooper. Hier kann man Fisch genießen, da wo er herkommt, direkt am Strand in absolut chilliger und gemütlicher Atmosphäre. Wer Langebahn besucht, sollte sich das nicht entgehen lassen. Ich bin jetzt hier in Langebahn im Strandloopers und das ist wirklich ein sensationelles Fischrestaurant unter freiem Himmel, mitten in der Natur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017